Geh auch nicht hin. Ihr müsst Gas geben, ihr schafft es. Ne, ne, mach ich nicht. Ne, ich mach das nicht. Das ist ja Stream-Snipe, das ist immer so ein Scheiß. Ansonsten gibt es da gegen, was du sagst, nichts zu sagen. Hallo Menschen und herzlich willkommen. Euer Senzel Survivor wieder da mit einem heute sehr, sehr langen Video. Und das Thema wurde auch sehr kontrovers diskutiert mit allen möglichen Für und Wider. Es geht um das Thema Stream-Sniping, wie man es nun drehen und wenden möchte. Für mich war es leider das. Ich möchte auch gleich vorweg noch sagen, dass ihr bitte die Leute nicht verurteilt. Über eure Meinung oder eure Ansicht der Dinge würde ich mich sehr freuen. Könnt ihr ja gerne Kommentare dalassen. Aber wie gesagt, Tarkov ist halt ein Spiel und das finde ich halt auch gut so. Was uns viele Möglichkeiten und Freiheiten lässt. Ob man die im Endeffekt alle nutzen muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. Klaus und ich waren dagegen. Waldi und Samurai haben das anders gesehen. Wie gesagt, bitte nicht verurteilen oder beschimpfen oder sonst irgendwas. Jeder kann Tarkov so spielen, wie er möchte. Und das finde ich auch gut, dass wir hier nicht irgendwie eingeschränkt sind in unserer Spielweise. Also, so, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, lasst mir gerne Kommentare da. Ja, achso, und mein Sitz da hinten fällt auch immer mehr auseinander. Ich weiß gar nicht, warum an der Kopfstütze. Ich verstehe es ja, wenn die Armlehnen das Leder verlieren. Oder Leder kann man es ja kaum, glaube ich, kaum nennen. Irgendwie dieses dünne Zeugs. Ja, am Kopf ist auch alles weg da hinten. Wie bei mir, auf dem Kopf geht es auch dem Stuhl so. Gut, wie gesagt, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns. Ich werde ab und zu mal noch ein paar Kommentare reinschmeißen. Also, hin und wieder werdet ihr das hier nochmal sehen im Video. Weil ich es noch ein bisschen kommentieren möchte und muss. Ja, viel Spaß. Bis dahin. Ja, wir sind schon wieder kacke gesporen, Mann. Also, ich gehe hoch zum Skeft-Bunker. Sollt ihr alle da? Hör mal so eine Funkstille. Keine Schritte, kein Getrappel, kein Vipergequake. Ich muss ja mal die Scopes einstellen hier. Wo ist denn Waldi? Kein, stimmt, es ist recht ruhig um ihn geworden. Da sagt er gar nichts mehr. Ja, Schnauze halten jetzt. Achso, was ist noch? Ist hier gerade was gehört, Matze? Oder hat Waldi gerade gesprochen, ganz weit entfernt? Ne, ne, Waldi hat gerade hier gesprochen, irgendwie. Warum musst du Schnauze halten? Deine Frau liegt im Bett. Was? Oder wieso? Nein, nein, nein. Ich habe nur Spaß gemacht. Achso. Ich bin hinter euch. Seid ihr da auf den Lagern oben? Ja, vor einem Bunker. Das ist ein Gerstlager. Es muss viel los sein auf der Map. Ich habe in die Richtung Sormel nur 53 FPS. Stärmen, safe da. Na dann, dann machen wir uns gleich hin. Ich hau... Ups, das war echt nicht. Skeff, skeff. Alter, schmeißt der Bomben oder was? Ich hau mir einen SJ6 rein und gehe auf die Sormel. Tut mir leid, ich muss mich splitten. Ich brauche diesen Stärmen. So, damit nimmt das Unglück seinen Lauf für Waldi. Unerlaubtes Entfernen von der Truppe. Eigentlich war geplant, zum Emmer kommen. Ich brauche denn noch Blattsets. Aber du stirbst denn wieder weg? Na ja, aber guck. Nein. Ist irgendeiner schon jetzt hier vorne bei den... Ich bin bei den Salzsäcken. Ja, wir sind alle beim Skeff-Haus. Hier, beim Skeff-Lager. Ich bin im Bunker unten. Der Skeff lebt aber noch, ne? War der drüben an der Container-Port? Ja, an dem Container, ja. Da stehe er doch noch. Vielleicht gibt es Balli-Balli. Liegt. Einer von euch mit einer lauten Empfehl geschossen. Bein Hunde! Ich, ich, ich. Hat er einen Rucksack eigentlich, der der Skeff? Habe ich nicht geguckt. Wollte ich touchen mal an. Ich habe nämlich vergessen, Rucksack zuzunehmen. Nein, natürlich hat er keinen Rucksack. Ich bin an seinem Magazin verwoben. Ich bin an der Waffenkiste huckig, ne? Okay. Ich bin hier in einem Granaten-Container. Ähm, wir wollten ja ans Ammo kommen, ne? Spieler-Minus. Ich hoffe, ich habe mich nicht verraten. Ich habe Schüsse gehört, ja. Na los, dann laufen wir hier vorne. War der Sniper-Scav oder so? Oder Unterhalt vom Sniper-Scav. Minus. Zweiter Spieler. Alter, der Waldi macht ein paar Schiff. Granate gerade. Meine? War deine, ne? Ja. Der Mann. Alter, ich bin ein richtiger Kletter, Max. Der Mann hat mich umsonst am Turnier teilgenommen. Der Spieler ist, äh... Ich bin tot. Nein. Ich sagte doch, es waren zwei. Rumpster war es passiert, weil die Tote und unsere krampfhaften Versuche, ihn zu unterstützen, waren eigentlich jetzt dann nicht mehr von Nöten. Aber die Diskussion entbrann da. Solche Tolis, ich lege oben auf dem Sniper-Hill oben drauf. Ja. Wie, auf dem Sniper-Hügel? Wo denn? Auf dem Sniper-Hügel, oberhalb von der Sonne. Der Typ hat mich irgendwo von... Rechts von den Hallen aus dem Wald. Das ist ein T-Tipp. Oberhalb von dem Duffelbeck, oder? Rechts vorm Duffelbeck. Ach, da, ich dachte jetzt hier, bei dem. Okay. Fertig vom rechts. Also dann vom Wasser, dann, oder? Oder des Streams. Jungs, wo seid ihr? Wir sind jetzt unterhalb des Sniper-Hawks. Wir laufen da... Unsere Laufrichtung rechts unterhalb. Jungs, Jungs, der Typ streamt und er lootet mich gerade. Er ist also schon auf dem Hill oben drauf. Da ließ der Waldi sich auch nicht lumpen und war just im Stream desjenigen, der ihn erschossen hat. Und ja, das hatten wir früher auch mit dem Beutel. Der Beutel war auch mal schnell dabei, den Streams zu gucken. Aber das haben wir ihm dann auch Rucki-Zucki ausgetrieben. Ja, damit hatte sich das, die Rettungsaktion für Klaus und mich auch komplett erledigt. Wir wollten damit nichts zu tun haben. Samurai ließ sich hinreißen. Naja, seht, seht, wie es weitergeht. Warte, 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 warte. Ich höre dich gerade schlecht. Ich bin bei dem an dem Stream drauf. Ah, okay. Also der ist hier oben drauf, oder was, auf dem Sniperhügel? Ja, unten an der Sägemühle, an dem Climb oder Tafelbeck da daneben steht. Auf dem Sniperhill oben drauf. Er läuft jetzt runter. Er wird jetzt seine Leute safen gehen. Ja, der safet jetzt den ersten. Der liegt direkt rechts von dem Hügel. Naja, wir sind zu weit weg. Wir sind, ich gehe auch nicht hin, weil... Ihr müsst Gas geben, ihr schafft das. Ne, ne, mache ich nicht. Ne, ich mache das nicht. Das ist ja Streamsniperhügel. So ein Scheiß mache ich nicht. Warte, guckst du meinen Stream? Weil da kann, bin ich auch im richtigen Weg, wie? Äh, Sniperhügel, oberhalb von der Sägemühle, das ist falsch. Er ist jetzt aber an der geschlossenen Halle und jetzt habe ich nichts mehr. Finde ich nicht gut. Wenn ihr dahin rennt, seid ihr auf jeden Fall in 30 Sekunden dort. 45 Sekunden. In die Richtung, wo du schaust, Jan. Ne, er ist ja allein dahin. Ich mache sowas nicht. Ich will davon nichts wissen. Ja, der hat einen von uns umgebracht, ne. So musst du es sehen. Ne, aber der eine war selbst schuld, was da alleine dahin läuft. So muss man es auch mal sehen. Weil die wollten es wissen. Er ist allein dort hingerannt, hat die Truppe verlassen. Unerlaubt. Ja, aber jetzt, 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 Moment. Mats, jetzt mach mal halblang. Ich bin gestorben. Ihr hättet schon längst da sein können. Moment. Was müssen meine müden Ohren da hören? Wir hätten schon längst da sein können. Das war niemals als Rettungsaktion für, für Waldi geplant, der Raid. Der Raid war eigentlich Emmercom Platz jetzt suchen. So war der Plan. Hm. Hier läuft eine ganz andere Richtung. Ich habe keinen schlechten Gear bei mir. Ihr könntet ihn holen. Er hat, ich habe drei Spieler gekillt. Er ist der vierte. Ja, aber. Er saft seine Leute. Ich sage jetzt nicht mehr, wo er ist. Ja, wir, ja, aber du hast mir schon zu viel. Wir sind, da bin ich schon, als es hieß, er ist dort und dort, bin ich schon lange abgebogen. Und ich habe gesagt, ich bin auf dem Berg obendrauf. Ja, auf dem Sniper Hill. Und, ähm, ich habe gerade nichts gehört. Hier war ein Flugzeug. Das kam auch noch dazu. Er ist dann bei mir. Und mehr habe ich nicht mehr gecallt. Ja, das war schon zu viel. Wir, wir, ich meine, Dings ist ja unterwegs. Mein Ziel war ja auch irgendwie Emmercom. Das hätten wir ja damit verbinden können. Wir waren ja auch nicht so lange in dem, in dem Lager. Ein paar Skepske erschossen. Und wir hätten da noch hinrennen können. Sturm, läuft hier ja nicht weg oder so. Ich brauche meine Blutsets. Und dann hätten wir auf dem Rückweg, hätten wir immer noch schön gucken können, Sturm. Und da hörst du ja dann meistens auch, wenn er schießt. Ich sehe da jetzt keinen. Mittlere Halle, untere Halle. Aber vielleicht lässt er dich ja auch liegen, weil er seine Kumpel saved oder sowas. Nö, er hat mich schon gelootet. Er hat meine Waffe in der Hand. Und allein dafür, dass er diesen Farblind-Modus drin hat, wo alles grün und lila ist, wird er schon weggeschossen und damit zu streamen. Das ist Augengräf. Er läuft auf die andere Seite jetzt rüber. Er ist jetzt gleich bei einem Violet-Häuschen. Na, vielleicht ist er ja farbenblind. Er geht jetzt ins Violet-Häuschen rein. Achso, okay. Dann kommen wir wahrscheinlich... Direkt links vor dir. Direkt links vor dir. Oh, hier rechts von uns läuft aber es ist bestimmt ein Skeff, oder Klaus? Links unten ist das kleine Häuschen. Direkt 15 Meter dort unten. Ja, ja, verstehe. Dieses kleine Backstein-Häuschen. Dieses weiß oder was ist das? Ja, jetzt mal ruhig sein. So, ab dem Zeitpunkt hatte ich keinen Bock mehr dazu zu hören oder irgendwas dazu zu sagen. Klaus und ich werden gleich unsere eigenen Probleme bekommen. Ihr werdet sehen. Weißt du, wie viel D-Layer hat auf seinem Stream? Ist er noch in einem Häuschen? Lootet die Jacken gerade. Klaus, komm, wir stürmen das Lager. Also ihr könnt von links kommen. Ich habe rechts schon. Wenn er rauskommt. Ich denke, dass er links rausgehen wird. Oh, hier kam was an. Ihr habt was geschossen, Klaus. Nee, ich habe nichts gehört. Das war Schall getämpft. Jetzt, jetzt. Von wo? Keine Ahnung. Komm, passt. Links raus, links raus, links raus. Ja, habe ich schon gesehen. In dem hinteren Container. In dem blauen. Oben? Ja. Läuft, von raus. Das war bloß ein Scaff. Hier links ist noch ein Scaff. Von ist noch einer. Alter, ins Bestennest. Der kommt in eure Richtung. Ja, er rennt jetzt gerade zum Wasser runter. Er geht zum Wasser runter. Links ist noch einer, Matze. Ja. Minus. Er liegt. Samurai, er liegt. Klaus, ich weiß nicht, ob der vorne vom Exit auf uns gesnipet hat. Aber hast du gesehen? Ich habe ihn mehrfach gehiltet, ne? Ja, ja, er ist auch am Thorax low. Ja. Er hört dich. Er ist direkt bei dir. Du bist an ihm vorbeigelaufen. Ja? Er ist über dir. Was brauchst du? Medizinische oder? Ich habe ihn. Nö. Warum bist du denn jetzt hier, Matze? Ach so, Blutsets. Er ist alleine. Medizinische Instrumente, ne? Ne, ne, Blutsets heißen die. Ach so, ach so, die anderen. Ja. So, Waldi, ich habe dich gerecht. Danke sehr. Gerecht, das ist scheiße. Naja, Matze, du musst es so sehen. Matze, du musst es so sehen. Das ist Stream-Snipe. Ich habe gestern die heftigste Stream-Sniping-Action ever gehabt. Ich habe gestern mein zweites T7-Scope geklaut bekommen aufgrund von Stream-Sniping. Ja, von drei Cheschen oder so, die mir dann noch, ha, 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 tschi, 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 zu zweit in den Chat reingeschrieben haben, dem Moment, wo ich gestorben bin. Zweite Sache ist, als ich gestorben bin und er mich looten gegangen ist, hat er meinen Doc-Tag angeschaut. TGV Ludwig hat den Leuten gesagt, ey, boys, der ist TGV Ludwig. Also, er spricht Englisch, so einen harten London-Slang, ja. Er hat direkt seinen Leuten gesagt, ey, guckt bitte mal schnell TGV Ludwig, ob er streamt, ob er noch Freunde hat und was er redet. Dann haben sie gesagt, er ist offline. Das ist das, was ich weiß. Ich habe offline Ludwig, TGV, Jacket. Matze, ich gehe zu den Zelten, ne? Ja. Ja, aber... Das sind so Leute, die haben keine Ehre, verstehst du? Ja, aber muss man dann trotzdem selbst zu so einem merken. Nee, nee, pass auf. Das, was du machst, ist sehr ehrenvoll. Das finde ich auch gut. Ja, das ist wirklich sehr ehrenvoll, das muss man sagen. Aber du musst einfach dir klar sein, dass diese Leute keine Ehre kennen. Ja, aber das hat doch mit dem jetzt nichts zu tun, der euch jetzt erschossen hat. Okay, lass mich kurz ausreden. Und wenn der... Raid raus. Raus, gell. Und wenn der dich beispielsweise holt und ich mit dir im Raid bin, dann finde ich das meine Verpflichtung, dir zu helfen. Egal, mit welchem Mittel auch immer. Verstehst du das? Also, so sehe ich das. Das ist der doch gar nicht jetzt. Doch, doch? Nee. Das war doch nicht der, der dich gestern... Der dich gestern, äh, der dich abgezogen hat. Nein, aber das war der, der jetzt... Nein, ich sag nur, wir reden jetzt... Matze, wir reden über die Ehre. Wisst ihr, was du gemacht hast? Wie gesagt, die Ehre. Das habe ich recht. Aber ich... Gestern wurde ich maximal unehrenvoll weggenommen. Aus dem Spiel von drei Spielern, wo ich zwei gekillt habe. Und dann haben beide mich, Streamsnipe, dessen Dritten gesagt, ich habe das nicht bedacht, ja? Mhm. Und irgendwann hat er mich unglaublich hart aus der Entfernung weggenommen, wo ich einmal offengesessen bin und ich habe einen T7-Scope des 17 Millionen Wertes verloren. Der kommt von links sonst, Kev. Mhm. Okay, Klaus. Und... Ja, verstehe ich schon, aber... Das war also ehrenvoll. Die Leute sind in dem Moment unehrenvoll, okay? Äh, das war gestern unehrenvoll und die Leute sind einfach unehrenvoll. Und... Achso, bin ich, dann bin ich. Okay, okay. Matze, komm auf. Ja, hab ich dich getroffen? Nee, ja? Nee. Und Matze, ich bin auch total bei dir. Ich will sowas auch nicht machen, wenn ich nicht mit euch mitgehe. Aber da kommt einer. Hm? Der von da. Weißt du? Naja, ich sage mal jetzt... Aber ich bin ja jetzt mit dir im Stream und wenn einer dich wegmacht, dann ist es meine Verpflichtung, zumindest mal zu versuchen, ihn zu bekommen. Ja, aber doch nicht, indem ich seinen Stream gucke. Ja, aber Matze, Matze, lass uns das Thema sein. Wie gesagt, das ist absolut richtig, was der Matze sagt. Die meisten Leute... Also, das ist eigentlich so gut, wie keiner macht das so. Aber die meisten Leute... Die meisten Leute tun zu tun, ist ein Vorteil auszusehen. Aber was ich jetzt eben noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob du das eben verpasst hattest. Der Typ, der mich gekillt hat. Und ich bin ja direkt auf seinen Streamen gegangen. Ich habe das versucht. Er hat TTV irgendwas geheißen. Ich bin auf seinen Streamen. Er hat gestreamt und hat gerade... Matze, ich habe noch was für dich. Komm her. Erzähl weiter, erzähl weiter. Er hat meinen Doctag genommen, hat gesehen, bei mir steht er direkt am Anfang TTV. Also er hat gesagt, oh, er hat im Wortlauch gesagt, oh, TTV. Das brauche ich nicht lassen. TTV Underline Ludwig. Und dann hat er zu seinem Mate gesagt, der was weiß ich wie geheißen hat, ey, can you check it on TTV, it's Ludwig. Da hat er gesucht und dann habe ich gehört, wie er gesagt hat, der ist nur Ludwig, der ist Dr. Underline Ludwig. Und ist draufgegangen und hat gesagt, der ist offline, hat aber gestern das letzte Mal gestreamt. Das wird der sein. Alles auf Englisch. So, das war jetzt ganz schön viel an Informationen zu verarbeiten. Als erstes, was mir aufgefallen ist, Samurai erzählt von Ehre und sagt, dass die Leute, die Streams leiden, keine Ehre haben. Leider, Samurai, muss ich sagen, ihr habt es ja auch gemacht. Es gibt ja auch Leute, die cheaten. Cheaten wir jetzt auch, bloß weil die es machen, weil die keine Ehre haben. Cheaten wir jetzt auch. Ich hatte versucht, Verständnis zu entwickeln, weil die hat mir das so erklärt, er hat am Tag vor unserem Raid gestreamt, wurde gestreamsniped und hat ein 17 Millionen Item verloren. Ich hatte versucht, Verständnis zu entwickeln, als er es mir so erklärt hat. Und er wurde ja heute zwar nicht gestreamsniped, aber derjenige, der ihn erschossen hat, hat zu seinen Mates gesagt, guckt nach, ob Dr. Ludwig streamt und ob er noch Mates hat. Aber ich bleib dabei. Wenn ich mich dann auf dieses Niveau herablasse, bin ich keinen Deut besser als diese Leute. Und Klaus hat das genauso gesehen. Klaus sieht das genauso, stand voll hinter mir und hat gesagt, ja. So, und noch was zum 17 Millionen Item. Leute, ernsthaft, wenn ich ein 17 Millionen Item oder egal welches Item ich mit in Tarkov reinnehme, wie teuer oder billig das auch immer sein mag. Man kann in Tarkov erschossen werden und dann ist das Zeug weg. Damit musst du halt rechnen und es rechtfertigt dann auch kein Gucken des Streams des Gegners, der dich erschossen hat. Dass ich vielleicht in meinem Film sage, ey, ich bin da und da gestorben, kannst du da hingehen? Weißt du? Dann könnte jetzt ein Mates rausfinden, dass er vielleicht einen Freund hat. Ich weiß nicht von wo. Ich weiß es auch nicht. Ich vermute mal hinten. Wie gesagt, gigant ehrlich, ich habe jetzt 50 Millionen auf dem Konto, ne? Und ich habe, äh, komm, geh, lass uns zu hoch gehören, zum See. Ich habe eine Stash-Wert von 125 Millionen. Also ich brauche jetzt nicht diesen Typen zu looten, aber ich mache es einfach aus Prinzip, weil das ist mein Recht. Verstehst du? Ich bin mir nicht sicher. Ja, Samurai, by the way, die G28 ist von mir, gell? Ach so, oh. Da hast du was gesagt? Nee, ja, hast du gesagt. Ich habe es jetzt gerade aber auch erst gesehen. So, aber jetzt mal bitte etwas Ruhe. Wir haben hier irgendeinen Sniper. Wir haben hier einen Stream-Sniper anstatt, nee. Irgend so ein... Ich bin mir nicht sicher, ob der von hier schießt, aber wir müssen eh hier rüber zum Outskirts. Ist ja unser Exit. Warte mal, dann nehme ich dir das mal... Ich weiß nicht, dass es deiner ist. Ah, das ist der Schal hier rechts. Was seid ihr? Was? Habt ihr mich gerade erschossen? Oh ja, ich. Alter. Alter, du hast ja so gehockt. Ja, klar. Hast du uns nicht laufen gehört? Sag mal, dann sagt er, ey, ich höre jetzt was laufen. Wow, der war jetzt richtig hot, ey. Wem gehörten die G28? Ja, ich war gerade dabei, den Waldi seinen G28 zusammenzustellen, ey. Ich glaube, da hat das Karma zugeschlagen, Samurai. Sorry nochmal dafür, aber das konnte keiner ahnen. Vor allen Dingen, wir haben ja nicht mal gesagt, dass wir jetzt das Emmercom verlassen und Richtung Segemühle laufen. Was du aber gewusst hast, was du aber gewusst hast, dass wir Ärger mit Snipern hatten, mit Heckenschützen. Du hättest einfach mal fragen müssen, seid ihr das Tier gerannt kommen? Und es hätten ja auch die Typen sein können, die auf uns geschossen haben. Du kannst nicht voraussetzen, dass wir wissen, in welchem Gebüsch du sitzt. Und noch was war geil, es kommt noch. Klaus bringt mir wieder die falschen Sachen. Ich könnte mich über Klaus kaputt lachen in diesem Raid. Er bringt mir immer irgendwelche Medical Piles of Mads oder sowas. Einfach geil da, Mann. Weil ich nicht wusste, Leute, ihr seid wirklich Profis. Ja, will ich auch. Ganz kurz. Da hat was gehockt, das habe ich über den Haufen geschossen. Die G28 ist von mir, ja. Ey, du musst doch hören, dass wir laufen, Alter. Du kannst einfach die Hand nehmen und wegschmeißen. Und bei ihm am Körper... Soll ich dir was mitbringen? Ich habe zwar nicht mehr viel Platz. Die UMP, da hast du vorhin eigentlich in deinem Lager dort ein UMP in dem Dings liegen lassen. Das ist echt geil. Der war echt heftig, ne? Oh, Mann. Der war gut. Ich war halt, du erzählst, wo der Typ ist und wo ich ihm schieße soll. Wir reden die ganze Zeit über den. Und dann kommt er einfach vor, da ist einer. Ja, jetzt erzählst du doch über den Käse. Ihr wart unten nicht. Das Letzte, was ich von euch gehört habe, war unten. Und dann habe ich abgeschaltet, weil ich das nicht mehr hören wollte. Ey, Matze. Außerdem hatte ich mit Klaus eh zu tun. Wir haben waren selbst auf Suche und wurden beschossen. Du musst doch aber uns laufen gehört haben. Dann sagt er mal, hey, kommt ihr gelaufen oder was? Ja, er hat gedacht, ihr checkt es schon. Ja, wie soll ich das checken? Ich habe nicht gelaufen gehört. Ich habe nicht gelaufen gehört. Wenn ich im Tag auf immer denken würde, was die anderen zu machen haben, dann wäre ich immer tot. Du bist schon eine Granate. Naja, tut mir leid jetzt. Aber was soll ich sagen? Nein, ist doch alles gut. Ich kann dir was mitbringen, deine O&P. Nein, ist alles gut. Wichtig ist, dass der Typ tot ist. Dass es das einzig Wichtige ist. Alles andere ist doch egal. Jetzt Thema abgehakt. Fertig. Aber Klaus, die Medizin brauchte ich nicht. Die nicht. Die Blutsets hätte ich gebraucht. Die Blutsets. Hä? Ich habe was für dich. Dein Rucksack war nicht der Beta, gell? Bitte? Dein Rucksack war nicht der Beta-Rucksack, oder? Ne, ich hatte so einen kleinen. Wobei, ich hatte das auch von einem Mann. Also, ich hatte ja keinen Rucksack initial mit. Dann habe ich einfach irgendeinen genommen. Eben, also Matze, der Beta und so, der ist von dem Typ. Und der Trizin ist von mir, aber den kannst du behalten. Kann ich den mit reinbringen? Kann ich den mit reinbringen? Ne, das ist genau der Grund, warum ich dieses TTV nicht reinmache, auch wenn ich streame. Ja, das ist unter anderem, ja. Ja, mache ich einfach nicht, weil das ist... Matze, ich... Ja? Ich habe Bock auf sowas an. Ich lege dir hier noch was rein von dem hier. Ja, mach das weg, mach das wirklich weg. Das hat keinen Sinn. So vollidioten, weil die halt... Das sind feige Radleiter. In die Hosentaschen habe ich es gesteckt. Sehr gut. Danke. Wem gehört denn die AK-101? Schon wieder das falsche Klaus. Du bringst mir immer Medical Sets, oder wie das heißt hier, Medical Pile of Mats, genau. Hier rennt was, Matze. Von links kommt was? Da wäre ich selber fast gestorben, ne? Das ist der Sniper, der uns auf uns geschossen hat. Granate von mir. Granate von mir. Granate von mir, Matze. Okay. Wo ist der Hund? Ich gehe ein Stück zurück. Matze, wo bist du hingegangen? Ich bin vor, ich hänge da im Gebüsch. Hast du ihn zerrissen? Ich hänge über dem See im Gebüsch. Ich gucke jetzt mal, wo der Hundeson ist. Ich bin oberhalb vom Sägewerk. Ich gucke Richtung Straße runter. Okay. Ich renne mal jetzt über die Straße. Ja, ich sehe dich. Ich bin links von dir. Ich denke dran, Jungs, wir können auch ganz oft einfach Skefs zirkulieren an dem Spot. Da ist schon wieder einer geschossen. Aber auf dich, ne? Ich sehe ihn. Wo? Wo, Klaus? Oder warst du das? Er hat, hast du auf mich geschossen? Was fährst du? Du kommst auf mich zugerannt? Ich bin auch jetzt oberhalb der Straße hier. Ich überquere die Straße wieder. Kennst du über die Straße? Ja, ja. Okay. Hast du gerade auf mich geschossen? Ja, ich glaube wohl. Achso. Ich wollte dich. Ich hab ihn. Hast du noch mal geschossen? Nee, nee. Was sind das, zwei? Keine Ahnung. Ich glaube, das sind zwei, Klaus. Hier hat noch mal einer auf mich geschossen. Aber das war von weiter weg, oder? Ja. Gleich ein paar Nacken spüren. Ich hab ihn, ich hab ihn. Schön. Hey, Matze, well played, wirklich. Well played. Danke, danke. Danke, Meister. Das hört man gern. Richtig gut, Mann. Aber sind es echt noch zwei Spieler gewesen? Das ist super strange. Das ist die Map jetzt leer. Was machen die denn jetzt noch da? Ich glaube, die haben hinten an dem Dings, an dem Roadblock gesessen und wollten ihren 100-Meter-Shots machen. 40, Level 40. Ey, geil, danke. Was war der für ein Level? 51. Ui, 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 ui. Ich hab ihn in den Arsch aufgerissen. Wie er sich schön versteckt hat. Hm? Wie er sich schön versteckt hat. Kannst du dich laden, Klaus? Nee, nee, danke. Möchte ich nicht. Ich geh gar keine Leichen, Matze. Lass es. Nee, ich geh mal zu den anderen beiden Leichen. Genau. Das ist safe da oben. Genau. Sehr schön. Na, jetzt können wir mal den Hoshi erschossen hier. Ach so, hier muss mein Rucksack irgendwo liegen. Was kann ich dir nicht sagen? Das ist der nicht. Warte mal, ich war hier hinten im Tisch. Hier muss er doch irgendwo... Ah, hier ist er. So, hoffentlich kommt... Alter, wie viel... Du kannst doch kaum laufen, Alter. Das gibt's doch. 70 Kilo. Ey, ich hab doch... Alles voll. Dank, Waldi. Mule, Waldi. Hast du einen blauen Laser da an oder so? Kann das sein? Ja. Was denn? Ach so. Waldi, dein... dein... äh... Stim-Case kam zum Einsatz. Und der Mule. Hat mich jemand gesucht eben? Ja, ich hab mich gerade... Ich hab mich gerade gefreut über dein... über dein... Stim-Case, was du mir gegeben hast letztens. Mit den Mules drin sogar. Und jetzt kam gerade nämlich... ein Mules zum Einsatz. Da hab ich jetzt echt... Und jetzt war ich echt dankbar, dass ich den hab. Dann konntest du rennen, wie ein junger Hüppler. Um das Thema nochmal abzuschließen mit dem Steam-Snipen. Also ich... Ich find das absolut respektvoll, dass du... Also respektabel, dass du das so sagst. Ich hab das noch nie erlebt, dass das einer sagt, dass er das nicht macht und dann abknickt. In dem Moment, wo er die Info bekommt und wo er sagt, okay, nee, da geh ich nicht hin. Das hab ich eigentlich noch nie erlebt. Und find ich wirklich absolut respektabel. Ja. Ja, in dem Moment, der hat's jetzt verdient. Ja, weil er halt eben auch da und so war. Ansonsten gibt's da gegen, was du sagst, nichts zu sagen. Also muss ich jetzt einmal... Ja, ja, find ich auch. ...jungen Kerl an Erwachsenen sagen. Also von einem Jungen Kerl, ich bin auch erwachsen, aber von einem Erwachsenen zu einem noch Erwachsenen. Chapeau, ne? Ja, gar kein Ding, aber so bin ich halt. Ich lass mich lieber abschießen. So bin ich! Naja, was soll ich denn sagen? Ich hasse... Das war ein klassischer Matze. Ich hasse es zu betrügen, ich hasse es zu lügen. Die ganze Welt besteht gefühlt nur aus solchen Arschlöchern. Ich will da nicht mitspielen. Sie sollen sich alle von mir aus die Hucke voll lügen und machen und tun. Ich spiel da nicht mit. Ich bin da nicht mehr. Bis zum nächsten Mal.